Der Spürtelname Durga-Shakti Durga-Shakti heißt die Kraft der göttlichen Mutter, die Energie von Durga. Shakti heißt Energie, heißt Kraft. Wenn du den Namen Durga-Shakti hast, dann soll das heißen, du willst die göttliche Mutter, Durga, als Kraft durch dich hindurchwirken lassen und du willst auch sagen, all deine Kraft, all deine Macht ist letztlich eine Macht und eine Kraft von Durga. Du willst die göttliche Mutter in ihrem Wirken überall sehen. Shakti hat auch etwas mit Wirken zu tun, die kosmische Energie. Wo auch immer du bist, willst du die göttliche Mutter sehen und ihr Wirken sehen. Und was auch immer du tust, du willst die Kraft der göttlichen Mutter durch dich hindurchwirken lassen. Und du willst auch die göttliche Mutter immer wieder um Hilfe bitten. Möge die göttliche Mutter Durga durch dich machtvoll wirken. zyka Vielen Dank.